Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV und die Winterpause ist jetzt endlich vorbei. Morgen geht es wieder los. Unser SK Sturm startet in die Frühjahrssaison 2018. Und ja, unsere Blackies haben den SV Mattersburg als ersten Gegner vor der Brust. Es geht ins Pappelstadion gegen den SVM und die Burgenländer sind ja, wie man weiß, ein unangenehmer Gegner. Das ist natürlich eine kampfstarke Mannschaft, also nichts, was man nicht schon vorher gewusst hätte. Interessant vielleicht, sie sind gefährlich bei Standardsituationen, genau wie unsere Jungs auch im Herbst. Und sie haben auch schon fünfmal einen Rückstand umgedreht in der Hinrunde, genauso wie bei unseren Blackies. Also durchaus Parallelen zwischen diesen beiden Teams. Naja, wäre da nicht zum einen die Spielanlage und zum anderen der Tabellenstand Mattersburg ja eher im unteren Drittel zu finden. Hat sich so gegen Ende der Herbstsaison so ein bisschen aus den ärgsten Abstiegsnöten heraus manövriert. Und unsere Blackies eben auf Platz 1 mit Red Bull Salzburg im Nacken. Bei unseren Blackies hat sich ja auch einiges getan in diesem Winter. Transfertechnisch verließ uns Lyko Giannis, der wechselte in die Serie A und dafür ist jetzt Thomas Schrammel eben neu vom SK Rapid bei uns. Mal schauen, ob er diese Lücke füllen wird als Linksverteidiger. Und auch in der Offensive, da gab es einige, ja, einiges Tragar, muss man fast schon sagen. White Edombonci und Jakob Janscher kehren beide zum SK Sturm zurück. Edomboncis Abgang ist ja gar nicht so extrem lang her, aber Janscher ist das Ganze doch ein Tick romantischer. Nach wirklich langer Reise hat er sich endlich wieder seinem Herzensklub, wie er ja selber sagt, angeschlossen. Und auf die beiden sind wir natürlich auch extrem gespannt. Und ich natürlich ebenfalls. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Das erste Frühjahrsspiel immer schwierig. Es wird ja auch an dieser Stelle das erste Pflichtspiel von Heiko Vogel auf der schwarz-weißen Betreuerbank. Also Mattersburg als erster Gegner sollte kein Kulturschock trotzdem sein für den Deutschen, denn er ist ja in der Schweiz. Eben auch beim FC Basel, sage ich mal, doch das ein oder andere kleinere Stadion wahrscheinlich gewohnt. Trotzdem eben eigene Verhältnisse. Es wird auch nicht besonders warm wahrscheinlich im Burgenland sein. Und trotzdem an der Stelle der Appell, wenn ihr nicht wisst, ja, sollt ihr mitfahren, sollt ihr daheim bleiben. Wenn ihr Zeit und Geld habt, fahrt mit. Die Mannschaft hat einen geilen Herbst gespielt. Sie haben es sich mehr als verdient. Deswegen alle auf nach Mattersburg, auch von mir an der Stelle. Personaltechnisch, naja, ein bisschen schwer einzuschätzen. Ein 4-1-System hat sich ja da abgezeichnet in der Winterphase. Was wirklich Heiko Vogel da ganz genau vorhat, da hat er sich noch nicht so wirklich in die Karten schauen lassen. Personell wird es, glaube ich, so bei den Stammkräften größtenteils bleiben, glaube ich jetzt einfach mal. Also außer eben mit Schrammel wird es da vermutlich keine kompletten Neuerungen geben. Also Edom Wonschi und eben auch Janschan werden ja noch kein Thema für Mattersburg sein. Also deswegen, glaube ich, wird es beim alten Eisen größtenteils bleiben. Eventuell, so meine Mutmaßung, könnte Martin Ovenstad eine der Überraschungen in der Startelf vielleicht sogar sein. Aus dem Grund, weil eben Checo und Hirlander beide gesperrt sind und Ovenstad in der Vorbereitung, was ich so mitbekommen habe, relativ viele Spiele auch gemacht hat. Also wer weiß, ob denn der Norweger nicht doch mit Verspätung jetzt noch in Graz ankommt, muss man fast schon so sagen. Der hatte ja unter Franco Foda wenig Licht gesehen, allerdings eben auch dem geschuldet, dass er Verletzungspech und dem auch krankheitsbedingt oft ausgefallen war. Also mal schauen, ob es jetzt endlich funktioniert eben mit dem jungen Mann. Ansonsten soll ja auch die Spielanlage ein bisschen anders werden bei unseren Schwarz-Weißen. Man will ein bisschen direkter, glaube ich, aufs Tor spielen, beziehungsweise eben das Umschaltspiel noch schneller vorantreiben. Auch eben gegebenenfalls Pressing soll damit einfließen, was ich eben so mitbekommen habe. Im Endeffekt liegt die Wahrheit natürlich so wie immer auf dem Platz. Also ich bin sehr gespannt, was unsere Jungs da fabrizieren auf dem Platz. Ich glaube jetzt nicht, dass in Mattersburg das ganz große spielerische Feuerwerk gleich abgebrannt wird. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Trotzdem, in erster Linie wird wichtig sein, natürlich dagegen zu halten, wenn die Mattersburger einen umhacken, sofort zurücksensen und sich eben nichts gefallen lassen und eben einfach seinen Mann stehen. Und dann, glaube ich, ist unsere Qualität definitiv die höhere von diesen zwei Teams. Und dann stehen auch drei Punkten im Burgenland nichts im Wege. Okay, in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir, vom ersten Vorbericht hier im Jahr 2018. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLanceTV. Ich wünsche euch noch natürlich einen wunderschönen Abend. Euer Elias auf die Schwarzen. Und genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Kamera haltet. Ich habe keine Kosten gescheut. Also weh, wenn da irgendwas Negatives jetzt kommt. Nein, Spaß. Aber ehrlich, schreibt es mir rein, ob euch das Bild besser gefällt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Elias auf die Schwarzen, auf den Dreier. Und bis dann. Ciao, ciao.